Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute mal wieder ein Video aus der Kategorie Meine besten Verkäufe und zwar vom Quartal 2023. Das heißt Januar, Februar, März, also April, Mai und Juni. Ich hoffe, ihr könnt wieder ein bisschen was mitnehmen, euch inspirieren lassen, was man alles mitnehmen kann. Ich erzähle wieder ein bisschen was dazu und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir starten rein in das Video. Let's go! Starten wir also wieder ganz klassisch mit Karten. Und zwar Pokémon-Karten. Ihr kennt es. Hier ein paar Schätzchen. Am liebsten sind mir natürlich Käufer, die mehrere Artikel nehmen, weil dann spart man den Versand. Und ja, das hatte ich jetzt ein, zwei Mal tatsächlich. Wenn die so fünf, sechs, zehn Karten kaufen, ist das schon echt nice, weil jedes Mal Versand wäre echt öde. Und ja, da waren einige gute Karten dabei, muss ich sagen. Wenn ich das jetzt nochmal sehe, ja, da ist mein Umsatz wieder vor allem mit Karten gewesen. Es waren auch wieder ein paar hübsche, gegradete Karten tatsächlich dabei. Und hier zum Beispiel ein Glurak. Das hatte ich mal aus einer Mysterybox gezogen. Ja, da hatte sich die Mysterybox richtig, richtig gelohnt. Ihr wisst, Pokémon-Karten, das ist eher so ein, ja, so ein bisschen wie Glücksspiel. Also eher so eine Spielerei. Verlasst euch da nicht auf den Gewinn. Und als nächstes habe ich tatsächlich mal für einen Kunden ein eigenes Angebot erstellt. Der hatte bei mir schon öfter gegradete Karten gekauft. Und ich hatte ihm dann angeschrieben, was er denn sucht. Und dann habe ich ihm geschickt, welche Karten ich noch zu Hause hatte. Und dann haben wir uns auf den Preis geeinigt. Ich habe ein Angebot erstellt. Und er hat das dann über Ebay gekauft. Also alles regelkonform. Und ja, das ist mir dann schon wichtig, weil Ebay muss immer dein Partner sein. Ein weiterer wirklich, ja, lukrativer oder eine weitere lukrative Nische, ihr kennt die Nische schon von mir, waren tatsächlich in diesem Quartal die Kassetten. Ich habe sehr viele Kassetten verkauft und auch sehr teuer. Hier seht ihr, ich habe auch, verkaufe auch so Konvolute. Dann sammle ich einfach eine Weile Kassetten und gebe die dann gesammelt ab. Für einen ganz günstigen Preis. Einfach da, wo sich das einzelne Verkaufen sich nicht lohnt. Und hier seht ihr dann, ja, Waldo kannte ich überhaupt gar nicht. Habe ich tatsächlich von der lieben Trödelmama. Grüße gehen raus an dich, falls du das siehst. Gerne mal abchecken. Unbezahlte Werbung. Und ja, die wurden richtig gut verkauft. Hier ein paar Klassiker. Hier Bibi und Tina. Auch als Konvolute. Ich sammle halt die Kassetten immer. Und wenn ich genug zusammen habe, dann stelle ich die als Konvolute ein. Gerade bei solchen Kassetten lohnt sich das auf jeden Fall mehr als pro Kassette. Was weiß ich, wenn man da drei, vier Euro bekommt pro Kassette, dann alles einzeln versenden. Habe ich aber schon öfter erzählt, dass es mir dann irgendwie, ja, das ist mir einfach zu viel Arbeit und lohnt sich einfach tatsächlich nicht. Und wenn der Einkaufspreis stimmt, kann man das so auf jeden Fall machen. Und ja, was ich noch verkauft habe hier, auch Schlagerkassetten verkaufen sich. Habe ich auch ein kleines Konvolute zusammengestellt. Und ja, also mit Kassetten bin ich diesen Monat, beziehungsweise dieses Quartal sehr, sehr zufrieden. Habe ich sehr viele verkauft. Und ja, wenn man bedenkt, dass ich die meisten davon tatsächlich für unter einem Euro ein paar Cent oder sogar zu verschenken bekommen habe, habe, ja, unterschätzt einfach diese Nische absolut nicht. Kommen wir also zur nächsten Kategorie und zwar die Plüschis. Auch da habe ich wieder einiges verkauft in diesem Quartal. Hier seht ihr ein Plüschtier, das hat mir ein Follower zugeschickt. Und ja, das sollte ich verkaufen, beziehungsweise, ja, so als kleine Spende. Ja, und hat sich auch wirklich sehr gut verkauft. Dann haben wir hier noch einen Balou, der ist tatsächlich schon etwas älter, war nicht mehr in so gutem Shape. Aber ja, habe ich auch für, in meinen Augen, einen sehr, sehr guten Preis verkauft. Plüschtiere finde ich immer super spannend, gerade von allen möglichen, ja, ich sag mal, von allen möglichen Franchises. Was auch immer geht, sind Ernis. Habe ich auch wieder eine Handpuppe diesmal verkauft. Ist natürlich echt, echt Vintage. Und ja, da scheint es wirklich Sammler für zu geben, weil Ernis und auch Bärts habe ich wirklich in den letzten Monaten sehr, 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 sehr viele verkauft. Und eine Figur, wo ich mich sehr gefreut habe, und zwar Pfeivel. Nicht irgendein Pfeivel, sondern tatsächlich ein Weihnachts-Pfeivel. Ja, den habe ich auch für 20 Euro verkauft. Habe eigentlich gedacht, ich bleibe ein bisschen drauf sitzen. Gerade jetzt im Sommer, aber anscheinend war der Preis gut. Und ja, jemand hat sich drüber gefreut. Dann kommen wir also zu den Produkten, für die ich ja immer ein bisschen belächelt werde. In dem Falle sind es Tassen, Gläser und Becher. Ja, und hier seht ihr, ich habe eine Variante erstellt. Und ja, auch wenn Borussia Dortmund kein Meister geworden ist, gehen die Becher wirklich richtig, richtig gut. Ich habe die mal richtig günstig. Ich glaube, 40 Stück für 4, 5 Euro nur gekauft, plus Versand. Und ja, die gingen auf jeden Fall richtig gut weg. Da habe ich mehrere verkauft. Dann haben wir hier noch ein Bierglas und eine ganz süße Snoopy-Tasse. Diese Snoopy-Tasse, ja, die lag ein bisschen länger, aber tatsächlich gehen anscheinend auch im Sommer Tassen ganz gut weg. Und ansonsten habe ich noch ein paar Cola-Gläser verkauft. Die, ja, nehme ich jetzt auch gar nicht mehr mit. Also nur noch so in OVP, gar nicht mehr einzeln, weil das lohnt sich einfach nicht. Und ja, das Einzige, was eben halt bei Tassen und Gläsern ist, der Versand ist etwas aufwendiger. Ihr müsst halt viel Füllmaterial und so weiter benutzen, damit das halt heile beim, ja, beim Kunden ankommt. Aber ehrlicherweise hatte ich da eigentlich so gut wie noch nie Probleme. Ja, auch ein paar Elektronikartikel habe ich tatsächlich verkauft. Hier seht ihr ein Nintendo DS-Convolut. Joa, hat jetzt nicht so viel eingebracht, aber den Einkaufspreis auf jeden Fall wieder drin. Wenn man überlegt, dass ich für dieses Spiel hier tatsächlich schon 23 Euro bekommen habe, war das für den DS nicht so viel. Aber ich kann euch auch diese PC-Spiele hier, Blitzkrieg heißen, die empfehlen, gehen sehr gut. Und auch natürlich Super Mario, das kennt jeder von euch. Und ja, da hat sich auch einiges verkauft. Die letzte Kategorie ist wieder, ja, alles so ein bisschen durcheinander. Hier seht ihr eine Beyblade Arena, die hatte ich tatsächlich eine ganze Weile. Die habe ich mal für 1 Euro im Secondhand-Laden gekauft. Also, joa, hat sich gelohnt. Dann haben wir hier ein Spiel-Lügenbeutel. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Ich nehme ja keine Spiele mehr mit, aber das ging ganz gut. Und auch sowas wie Figuren, Schleichfiguren. Das war jetzt Neuware tatsächlich. Das hatte ich mal jemanden abgekauft. Ich glaube, das ist auch ein Reseller, aber ja, der hatte für mich ein bisschen Sachen gesammelt. Ging dann letztendlich auch ganz gut weg. Und ja, das ist hier eines meiner liebsten Produkte. Da habe ich eine Variante erstellt, wie ihr seht. Hat da einer dann auch gleich drei Münzen auf einmal gekauft. Was ich euch einfach einmal zeigen wollte, das lohnt sich dann tatsächlich immer sehr. Wenn man eben mehrere Sachen zusammenverkauft, dann spart man deutlich, deutlich am Versand. Und dann haben wir noch hier Rich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Sehr, sehr beliebt. Und auch sowas wie Basecaps habe ich noch verkauft. Ja, Klamotten verkaufe ich jetzt eigentlich nicht so oft. Aber dieses Kissen habt ihr schon mal in dem alten Video gesehen. Da habe ich jetzt auch das zweite Kissen verkauft. Das habe ich mal für einen Euro auf dem Flohmarkt bei so einem Händler in einer Kiste gekauft. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Und dann haben wir hier noch eine kleine, ja, Sammlung an Figuren aus der Sesamstraße. Also Sesamstraße kann man auf jeden Fall immer, immer mitnehmen. Kommen wir also zur Zusammenfassung des Quartals. Und ihr seht hier, ja, das sind meine echten Ebay-Zahlen. Ihr könnt es glauben oder nicht. Ihr könnt es lächerlich finden oder nicht. Aber ihr seht hier, wie viele Stück ich verkauft habe. Und zwar 376 Verkäufe hatte ich und einen Umsatz von 4.400 Euro. Und das kann sich in meinen Augen schon ganz gut sehen lassen. War nicht ganz so gut wie das letzte Quartal. Aber es gab ja auch so ein paar persönliche Sachen, die da einfach wichtiger waren als jetzt Ebay irgendwie Listen und so weiter. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja, die Sachen, die ich verkauft habe, das soll einfach für euch nur eine kleine Inspiration sein. Denkt immer daran, Umsatz ist auch nicht gleich Gewinn. Was genau ich an Gewinn habe, das sehe ich dann immer am Ende des Jahres. Beziehungsweise dann ziehe ich da einfach erst mein Resümee draus. Das macht halt für mich vorher nicht allzu viel Sinn. Und ja, ich kann jetzt wieder schön viel neue Ware einkaufen. Werd demnächst auch wieder auf den Flohmarkt gehen. Das heißt, ich zeige euch dann auch wieder meine Ausbeute. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne Feedback da, ob ihr mehr sowas sehen wollt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, paar Tipps und Tricks. Ich habe euch so ein bisschen was dazu erzählt. Auch manchmal die Einkaufspreise. Wie gesagt, das ist alles Flohmarkt-Stuff oder das meiste davon. Und die Preise sind natürlich nicht fix. Es muss noch was abgezogen werden, aber das brauche ich euch ja alles nicht mehr erzählen. Ihr wisst, als gewerblicher Reseller zahlt man auch Steuern und so sonstige Sachen. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Ich bin demnächst ja auch mit im Flohmarkt-Camp. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und da bieten wir tatsächlich auch Merch an. Also, ja, schaut da gerne mal rein. Da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen, damit wir noch ein bisschen besseren Content für euch bringen können. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euch auf und denkt immer daran, the sky is the limit. Ciao, Kakao. .